so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von triplex medias und das ist heute mal eine kleine umfrage und zwar geht es darum in welche auflösung ihr meine screencasts haben wollt weil ich habe jetzt 24 zoll monitor und dort ist jetzt die standard auflösung 1920 x 1080 und das ist ja full hd und ich denke dann zum beispiel daran dass man vielleicht wenn ihr auf webseiten surf oder so oder jetzt bei sony vegas was zeige so wie jetzt hier im beispiel dass leute mit laptops oder mit kleineren monitoren nicht alles erkennen können und auf alles zu zoomen habe ich dann auch keine lust unten in den comments findet ihr zwei comments von mir einmal die auflösung von full hd und einmal die auflösung von normal hd oder minimal hd keine ahnung und dort gibt ihr einfach einen daumen hoch oder einen daumen runter wenn ihr dagegen seid oder dafür wie man es nimmt und falls ihr eine ganz andere auflösung haben wollt schreibt sie mir in die comments ich sage jetzt hier noch als beispiel die also zwei andere auflösung einmal noch normale hd das normale hd und 1600 x 900 ja und das wäre jetzt minimal hd und ist natürlich jetzt etwas größer für die leute die einen kleinen bildschirm haben und ja also stimmt einfach ab und ich zeige euch jetzt auch noch die andere auflösung so und das wäre jetzt 1600 x 900 und das soll es dann auch erst mal gewesen sein ansonsten abonnieren empfehlen kommentieren und bewerten franz euch rix medias und haut rein